Hier ist eine Meisterin am Werk. Picasso heißt dieses Schwein aus Franschöck in Südafrika. Wie ihr berühmter Namensvetter ist Picasso eine begnadete Malerin. Und wie bei ihrem Namensvetter sind ihre Werke heiß begehrt. Ihre Bilder verkaufen sich für ein paar tausend Euro auf der ganzen Welt. Nun hat die Schweinedame gar eine Uhr für die Marke Swatch entworfen. Dabei hätte es für Picasso auch ganz anders ausgehen können. Wir haben diese Holzscheune gebaut und als sie gebaut wurde, habe ich mir gedacht, jetzt muss ich ein paar Nutztiere adoptieren. Ich ging zu einem Schweinebauern und holte zwei Ferkel aus dieser schmutzigen, industriellen Schweinefarm und brachte sie zu uns. Und so kam es, dass wir heute Picasso und ein anderes Schwein namens Rosie haben. Pick Cassus Uhr ist übrigens ein Verkaufsschlager und längst ausverkauft. Die Erlöse gehen an einen guten Zweck. Die Künstlerin entspannt sich nach der harten Arbeit erst einmal mit einem wohlverdienten Schlammbad. Die Künstlerin ist übrigens gerade in einem großen Schlammbad. Ich habe einen großen Schlammbad.